Hey Leute, ich bin's wieder Toni von LactiGadgets und heute sind wir in Kroatien und zwar so hier. Heute erst angekommen, ich freue mich auf jeden Fall mega und ich habe mir gerade einen Stand-Up Paddle ausgenutzt und das zeige ich euch jetzt mal. Super. Und sowas gibt es bei uns auch im Shop, nur halt in elektrisch. Cool, ne? Aber egal, zeigen wir mal die Version, die nicht elektrisch ist, oder? Jupp. Jupp. Und jump. Jupp.